Das ist ja nicht positioniert. Das Viertel braucht ein paar Parks? Hatte auf zu spinnen. Na ja, ist aber was dran aber. Die Frage ist, was? Jetzt muss ich mal gucken. Das große Krankenhaus, was brauchen wir dafür? Ah, das ist wieder die Sicherheitsabteilung. Na gut, vom Geld her, ohne Frage. So, macht mal hin, ich brauche Geld. Und nicht ganz wenig. Wat, weni, weni, wat? Oje, eine Verletzung. Also Krankenhaus scheint irgendwie ein Argenproblem zu sein. Ja, ist doch mal alles schick. Sieht ja auch nice aus. 40, ja. Badriff, Verletzung, 1, 2, 3, also 1 und 3. Bürgermeister, Wille, Petitionsum, äh, Bürgermeister, Wille? Ach, krass. Saugen Sie dafür, dass Ihre Sims lange genug zufrieden sind. Und dann können Sie einziehen. Die Sims der ganzen Stadt werden feiern, wenn sie kommen. Wenn Sie die Stadt gut führen, geben Ihnen die Sims sogar Geschenke, mit denen Sie Bürgermeister will erschmücken können. Oh, ha? Hab, was kehren 30.000? Das sind Probleme im Moment. Von daher. Das sind im Moment ein bisschen schlecht. Ach so, du. Ach so läuft das. Okay, also wir müssen praktisch jetzt hier erstmal mit Upgrade warten. Upgrade abwarten. Upgrade abwarten. Und dann können wir unsere erste Dings bauen. Und dann können wir halt entscheiden, was wir machen wollen. Naja. So sicher wiegt mir das gar nicht. Warte ich da nehmen. Welchen Zweig? Gibt es da hinten Parks oder was? Ach nee, das war ja... Vielleicht wollen die auch Parks. Weiß man ja nicht, oder? Komm. Nimm hin den Scheiß. Gibt es denn jetzt schon wieder mit dem Müll für ein Problem? Ach, die Müllheide wahrscheinlich, wa? Ah. So, ihr habt da. So, bauen die da jetzt aus, oder? Was machen die da? Da wurde auf jeden Fall irgendwas gebaut. Aha. Ja, wird schon passen. So, ja. Ähm. Dreier wollen sie haben, ne? Ja. Ja. Da hat man sich halt für Statistiken grenzen kann. Das ist ja unglaublich. Grundstückspreiskarte. Ja, die sind schon ziemlich gut hier, wa? Immer wo dunkelgrün ist. Ist das super schick. Gut für obere EKS, ja. Dann sieht es ja hier nicht so gut aus. Die Frage ist, warum? Weil hier passiert ja eigentlich gar nichts, weil Upgrade technisch, technisch, da sind ja schon 2er. Keine Ahnung. Wir haben ja auch eigentlich alle da füllen, also Müll ist klar. Feuerwehr, da oben, können wir jetzt noch eine Feuerwehr bauen. Aber über Yale technisch sieht es alles so gut aus. Wenn ich mal so sagen darf. So. Krankenhaus sieht genauso aus. Da oben. Ja. Schön. So wenige Similions. Brände außer Kontrolle ist hier aus. So, hier werden wir jetzt auch den Cut machen. Cut in dem Sinne, wir müssen steuern. Mit haben wir jetzt 2.000. Hilft alles nichts. Werden sie bestimmt richtig sauer werden. Wir brauchen Parks. So, hier könnten wir noch was bauen. No, da war ja, da hatten wir ja Residential. Äh, ne. Die Werbegebiet hatten wir da. Kann er eigentlich weg hier. Die Straße, die ist doch mum-mum-mum-mum-mum-mum-pitz. Können wir doch viel besser gestalten. Denk ich. Das ist eigentlich schon okay so. So, soll es mal reichen. So, sind die jetzt dolle sauer? Nö. Na ja. Ich muss halt auch Kohle machen, Jungs. Die wollen noch mehr Parks haben. Wir sind ja lustig. Alle Kapi, schon war alles vollgestellt. Mit Parks. Ach, Mann. Uns gefallen die Hunde da nicht. Ja, wie im Rüchchenleben. 42.000 Einwohner haben wir im Moment. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ist hier noch eine normale Straße, sag mal? Nö. Jut. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob inwieweit da einen Einfluss hat. Vielleicht brauchen wir auch ein Busdepot da draußen. Das weiß ich nicht. Können wir nochmal gucken, ob irgendwelche Leute pendeln. Ah. Pendler nach außerhalb. 4. Bei den 3 Jahren. Aha. Ist ja nicht so wahnsinnig viel. Bildungsniveau ist wahrscheinlich auch noch nicht so. Oh, doch. Stufe 2 haben wir. Schön. Bei der Technikstufe haben wir Stufe 2 und Bildungsniveau ist auch 3. Aha. Also sieht er dann schon ganz gut aus. Aber warum manche upgraden und manche nicht. Das ist irgendwie. Das ist noch nicht ganz klar für mich. Steigen tut ja alles. Das ist ja nicht das Thema. Zufriedenheitstechnisch sind wir ja wirklich. Apropos Zufriedenheit. Gut. Wir werden uns jetzt unsere Bürgermeister wieder hinbauen. Wir haben ja wohin die ganzen Scheiß. So. Recht viel. So. Hat das jetzt Einfluss gehabt? Keine Ahnung. Sieht so aus, oder? Oh ja. Was kann man da so schön... Was ist das denn alles? Ein Gästehaus. Ein Balkon. Ach Gottchen. Eine Grillveranda des Bürgermeisters. Ein Treibhaus. Aha. Okay. Ein Tennisplatz. Hat das Rathausmodul verfügbar? Ja, ja. Wir sind immer noch nicht wegbauen. Sicherheitsabteilung wäre schon nicht verkehrt. Da könnte man halt alles größer bauen, ne? Hier große Feuerwehrwache. Okay, die Preise sind natürlich alle von jenseits von gut und böse. Aber na ja. Polizeirevier. Und so könnte man hier bloß Wasser und so ein Krempel machen. Wasser und Abwasser. Was ja eigentlich Laufen tut, aber na ja. Nimmt halt auch viel... Naja, nicht wirklich viel Platz weg, aber hier die ganzen Dinger. Ist ja nicht, was kostet so ein Ding. 100 die Stunde. Nicht wenig. In der Stadt öffnet eine neue Raumfabrik, Raumfahrtfabrik, ihre Tore. Da wohnen wir jetzt eh gerne noch herrnisch. Was für eine Raumfahrtfabrik. Hier so? Nee, Bergbau ist ja Quatsch. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Kultur machen. 150.000 Glocken. Pfff. Alter. Ist ein bisschen albern, wa? Interessant wäre zu wissen, ob jetzt die Nachbarregion auch so, ob die auf Pause steht oder auch wirklich weiter da, ja, wie soll ich sagen, sich ausbaut, während man nicht spielt. Vermute mal, dass es nicht weitergeht. Was hat er für ein Problem da oben? Straßenbahn wollen wir haben. Öh. Ein Busbahnhof. Aha. Helfen Sie Ihren Sims in der Stadt von A nach B zu kommen. Halten hier für die Sims der unteren und mittleren Einkommensschicht. Okay. Vielleicht brauchen die auch mal einen anderen Park. Kann ja auch sein, wa? Ist mir gerade mal so spontan eingefallen. Mehrstufige städtische Grünanlage. Die ist auch recht groß. Hm.